So meine Freunde, jetzt sind wir wieder bei Meilekraft. Ich muss mal ein bisschen Luft holen, ich spreche wieder viel zu schnell. Ist auch heute gerade ein bisschen hektisch. Ich versuche immer einen Tag aufzunehmen, weil ich irgendwie nachts keine Zeit, bzw. keine Lust hatte. Jetzt spiele ich mehr tagsüber, aber Tage ist das problematisch mit aufnehmen. Ich habe ein Problem. Ich habe Goldmangel. Wo dann gehen wir? Irgendwo haben wir noch. Wir haben noch Höhlenzörgforschen. Haben wir oder gehen wir zu Fuß? Wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. So. Ja, ich brauche Gold. Ich habe nämlich kein Gold mehr, wegen verschwenderischen Verbaus dieser Gleise. Hier haben wir schon mal eine Höhle. Haben wir hier schon mal. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Oh. Was ist das für Geräusch? Sagt mal. Oh, das kann man ja wegkriegen. Brauchen wir Wasser. Wir müssen mal Wasser unterlaufen. Sind alleine. Okay. Oh, wir haben jetzt schon einen Fackel vom Bleistbau in der Tasche. Hier. So. So, dann schauen wir mal, was wir hier unten haben. Nix. Und ist erstmal nix. Brauchen wir irgendwas auf Diamanten oder Gold stoßen. Na, das sieht schlecht aus. Das hier ganz schlecht aus. So, hier schon mal nix. Okay. So, okay. Hier haben wir nix. Wie sagst du? Von Lava ist ja oft Rohstoffe zu finden. Oh. Kloppert das noch. Hier ist ja immer noch Lava. Muss ich vorsichtig sein. Und vorankommen. Hier haben wir hier nochmal Redstone. Das ist ja auch nicht unbedingt ganz schlecht. So, was ist alles. Was haben wir hier jetzt schon? Halberkopf abbauen hier im Lava-Gebiet. Das ist nicht so sinnvoll. So. Das ist ein normales Mütter. Das können wir gut gebrauchen. Na gut. Erde nicht so. Das ist ja, wir wollen hier unterirdisch Landwirtschaft betreiben. Wäre vielleicht keine ganz so schlechte Idee. Dann könnte ich hier meine. Mein Saatgut so langsamer verbrauchen. Was ich hier so. Und ich. Licht, Licht, Licht. Das ist dunkel. Ab. So. Das nehmen wir mal mit. So. Aber bisher sehe ich hier kein Gold. Das nehmen wir mal alles mit. Oh. Die Beispiele stehen jetzt wieder schön laut. Ich hoffe, ihr hört sie nicht. So. So, dann haben wir. Okay. Wir haben, ähm, ja. Eisen. Und Rätzung. Oh, hab ich da was gesehen? Das war nichts. So. Das nehmen wir alles mit hier. Das kann man immer gut gebrauchen. Wir sind hier irgendwie Monster in der Nähe. Klingt das jedenfalls. So. Okay. Von wo kommen wir jetzt? Äh, wo ist es hoch? Ah, mir geht es gleich hoch. Von hier kamen wir. Alles klar. Alles klar. Da geht es hoch. Da müssen wir wieder rauf. Das Eisen. Äh, müssen wir uns nochmal eine Treppe hochbauen hier. So. So. Aber gucken wir hier nochmal schnell. Wenn wir irgendwo noch ein bisschen was ist. Äh. Sieht nicht so gut aus. Okay. Äh, Kohle. Nicht ganz schlecht. Aber nicht das unbedingt was ich suche. Weil ich brauche hier Gold. Ich brauche hier Gold. Ganz viel Gold brauche ich. Die Monster sind so laut. Die sind so laut. Ah. Ich wollte heute eigentlich DSA aufnehmen. Heute früh wollte ich das machen. Aber ich war zu müde. Ach, Mensch. Oh. Ich weiß auch noch nicht wann die DSA-Serie startet. Also ich weiß nicht wie viel Quest ich da noch erfüllen muss. Ich will das erstmal fertig haben. Bevor ich dann anfange. Die Folgen hochzuladen. Hm. So. Ah. Das ist aber auch lustig. Ah. Hier den Ausgang mal ein bisschen mehr beleuchten. Dass man es aus der Fernung gut sieht. Kat. Sehen kann. Ja. Gute Idee. So. Okay. Jetzt hier weiter. Da ist noch Eisen. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Aber anscheinend haben wir keine Rohstoffe gesucht. Also nur erkundet vielleicht. Ausgeleuchtet. Vielleicht noch so. Keine Ahnung. Das war jemand anders. Aber einer der Besucher hier. Das kann auch sein. So. Ja. Ich bin gleich sehr weit vorangekommen. Ich bin da am Ende. Dann haben wir auch nicht nur, dass der Tunnel fertig ist. Sondern auch die Gleisverbindung besteht dann. Und dann. Ja. Dauert es auch nicht mehr so lange. Dass wir dann auch irgendwann wieder zum Weihnachtsdorf hinwandern müssen. Bzw. Zum Teil auch fahren können. Ja. Aber bis dahin haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Dass die Zeit nicht so sehr rennt. Ich finde schon, dass dieses Jahr die Zeit schneller abläuft, als mir recht ist. Wir haben sehr viel Eisen hier. Sehr viel Eisen. Das ist gut. So. Ich benutze eine Eisenspritzacke erst mal im Moment. Ich habe es noch mal hier mit. Ne. Mit Effizienz 3. Aber es benutze ich dann für wertvollere Dinge abzubauen. Wie Gold und Diamant. Hm. So. Da fließt Wasser. Haben wir noch einen Eimer mit? Zusätzlich? Wäre vielleicht nicht schlecht. Zweiten Eimer. Wasser einmal. Weil ich brauche Wasser später. Für was anderes noch. Was mir jetzt währenddessen eingefallen ist. So. Machen wir uns mal eben schnell ein Eimer klar. Wo ist denn das Eisen? Ne. Ich habe doch Eisen gesehen. Wo ist denn das? Ne. Da. So. Zack. Mal eben schnell ein Eimer gemacht. Zack. Und dann schnappen wir uns das Wasser. Na. Wo ist denn das? So. Ein Vorteil. Es verschwindet. Machen wir einen zweiten Eimer Wasser. So. Licht. Licht. Okay. Hier ist nichts. Kriegt es irgendwie weiter? Kohle haben wir hier. Na gut. Oh, eine toll. Lustige Musik. Toll. Die ist richtig super schöne Höhlenmusik. Herrlich. Na gut. Das ist ja auch wenig gruselig hier. Weil das hier alles doch schon gut ausgeleuchtet ist. So. Noch ist irgendwie gründernd. Hat sich das hier schon mal ausgeleuchtet. Oder wer anders auch. War sich nicht. So. Hat auch noch keine Ansprüche auf diese Geschichte hier gestellt. Deswegen kann ich das auch komplett brutal leer plündern. Und dann kann ich irgendwann diese Tür zumauern. Weil das ist ja Quatsch. Dann machen wir eine Tür. Einen Bereich zu haben, den wir schon leer haben. So. Oh, das noch. Kohle. Das ist die Kohle. Geh mal darauf ab. Sagt noch was hier? Ne. Oh, Schaufel ist kaputt. Natürlich. Ich greife nur eine neue Schaufel. Oh, ein Stück Kohle. Super. So. Okay. Das Ende. Haben wir es. Neue Schaufel. Neue Schaufel. Das geht gar nicht hier ohne Schaufel. Ich brauche eine neue Schaufel. So. Hier unten. So. Okay. Fertig. Alles klar. Hier haben wir die Haunbeläge plündelt. Da haben wir Stein mit. Um die Tür zuzumauern. Damit wir nicht hier irgendwann nochmal versehentlich reinrennen. Und hier ist aber auch nichts mehr anzuholen, ne? Ah. Wir sehen ihn nicht. Wir haben ihn nicht gesehen. Böser Creeper. Böser Creeper. Da ist es sehr gedunkel genug und da noch was bauen zu lassen. Das ist unglaublich. Warte, da geht es auch noch weiter. Und die Fackeln sind hier links. Die Fackeln sind hier willkürlich angesetzt. Fackeln wollen wir mal rechts. Das ist eigentlich nicht unbedingt von mir sein muss. Hier wollte ich es nochmal schnell ausleuchten. Das ist durchaus möglich. Das ist nochmal Eisen. So. Dann schauen wir nicht so schnell raus aus dieser Hülle. Fackeln, fackeln. So. Und hier ist nochmal jede Menge Kohle. Ansonsten ist jetzt hier die Öl jetzt zu Ende. So. Dann machen wir es mal mit. Ganz umsonst war der Weg hier. So. Rechlich Kohle, ne? Richtig fett Kohle hier. Halt, Schwede. Jetzt kriege ich gar nicht alles verbaut. So viel Kohle holen wir hier aus den Minen raus. Aus den Stollen. Wie auch immer. Das war's. Ender mit Gelände hier. Zack, zack, zack. Hop, hop, hop. So. So. Da haben wir. Da haben wir. Da haben wir. Also ich will mal eben. So, ich will mal folgendes. Ich habe es mir nicht erst mitgenommen, wo wir eigentlich. Ich muss sowieso zurück. Aber ich wollte die Tür zum Morgen. Warte. Mal eben schnell hier so. Halt. So. Jetzt machen wir eben hier hin und machen eben. Ich brauche nur zwei. Dann wird wir das Loch in der Wand zumachen. Kohle. Warten wir mal kurz. Ein kurzer Moment, was das kann ich machen. So viel Zeit haben wir, ne? Oh. So, okay. Alles klar. Dafür. Eigentlich auch stehen lassen können wir mal. Ach ne. Mach ich ja zu. Die bitte mach ich ja zu. Fackeln wieder ab hier. So. 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 Wozu waren die zu? Aber aus mir in die Scheiße hier. Zack. 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 Zerfass. Okay. Dann muss ich nochmal zurück. Hopp. Muss ich mir Essen einpacken. Und da ist das hier, was Lärm gemacht hat. Wo kommt das her? Das ist mir, glaube ich, einer, der mir mal abgehauen ist. Das ist mal zurückgekommen. Letterweise. So. Dann haben wir hier erstmal das Gammelfleisch hier für die leckere Küche hier. Und dann müssen wir irgendwie Essen mitnehmen. Aber hier ist aber auch nichts. Höh. Hab ich gar nichts besessen? Da. Was? Außer Äpfel habe ich hier nichts. Wie scheiße ist das denn? Das ist ja mal ganz kacke. Pilze bekommen wir nicht decken. Das ist doof. Nehmen wir die Äpfel mit. Das ist die Hälfte. So. Ich mache hier keine epische lange Tour. Und. Achso. Zum Schmelzofen. Hier habe ich ja meinen Schmelzofen hier in der Wand. So. Da schmeißen wir Steine und Eisen rein. So. Das nehmen wir mit. Dann. Dann bringen wir die anderen Kramen ins Lager. Das kleine noch. Vielleicht nur vergrößert. So. Herde. Hier. Da sind nervös. Was denn? Ich habe doch gerade eben gegessen. Ja, aber Simon hat noch nichts gegessen. Nein. Ich will nur wissen. Was denn? Ach, du wolltest das nur wissen oder essen? Ich weiß auch noch gar nicht, was wir zuerst machen wollen. Ich muss mal Pause machen.